Ich habe jetzt hier mal eine Auflistung von einer Bearbeitungstabelle erstellt. Werkstück abgeben, bestehend aus Zusammenbau, Oberflächenbearbeitung, Lackierung. Wenn alle drei erfüllt werden, dann kann man das Werkstück abgeben, ansonsten eben noch nicht. Dafür gibt es eine Wenn-Formel, die da lautet, ist gleich Wenn, Klammer auf, dann erfolgt der Wahrheitstest. Also das heißt, wenn B4 größer oder gleich der Vorgabe ist, da können natürlich auch andere Werte stehen. Man könnte auch sagen, okay, der Wert soll 5 sein und der Zusammenbau ist dann entweder mit 5 fertig oder 4 noch nicht ganz fertig oder 3 mittendrin. Dann kann man entsprechend da die Werte vergeben. Jetzt machen wir das Beispiel mal mit 1, also B4 größer oder gleich der Vorgabe in H2, Klammer zu, mal. Der nächste Wert ist die Oberfläche. Okay, muss ich mal wieder sagen, Klammer auf, dieser Wert größer oder gleich der Vorgabe hier, Klammer zu, mal Lackierung, halt da kommt noch Klammer auf, dann größer gleich, und der Vorgabe hier, Klammer zu, und dann müsste man sagen, ist gleich 1, also bei diesen Vergleichen, wenn die miteinander mal genommen werden, kommt ein 1 raus. Ansonsten, wenn das praktisch dann zutrifft, also wenn hier 1 rauskommt, wenn alle 3 Vorgaben erfüllt werden, dann soll er hinschreiben, also Abgabe ja, und ansonsten Abgabe nein, Klammer zu. Okay, hier sind alle 3 erfüllt, also kommt hier ein Ja, wenn jetzt einer nicht erfüllt werden, wenn ich hier eine 0 rausmache, dann entsteht hier ein Nein. So, um das Ganze herunterkopierbar zu machen, muss ich aufpassen, ich habe jetzt hier feste Bezüge, also H2, H3, H4, das mache ich mit F4, dass ich hier entsprechend draufgehe, um hier einen festen Bezug einzustellen, und dann lässt sich diese Formel auch nach unten kopieren. Gut, 2 können also abgeben, und wenn ich das farblich hervorheben möchte, könnte ich wieder mit meiner bedingten Formatierung, arbeiten, indem ich hier sage, bedingte Formatierung, ich mache das mal mit Neue Regel, und dann sage ich, nur Zellen formatieren, die enthalten, und wenn der Zellwert gleich Ja ist, lege ich das Format fest, am besten in grün, und sage okay. Ich kann natürlich auch umgekehrt sagen, wenn der Zellwert Nein ist, dann Rot einfärben, die können dann noch nicht abgeben, und das entsprechend dann in einer anderen Farbe einfärben. Okay.